Du brauchst einen Korps, um den Schaden zu studieren. Es ist alles über Bord. Das ist alles klar. Warum sind wir jetzt in einer Leichenhalle? Warum unbedingt einen kleinen Tisch für meinen Doster? Das ist alles klar. Oh, Entschuldigung. Du hast mich erinnert. Oh, das ist großartig. Ich dachte mir, oh nein, ist sie ein Schaden? Vielleicht möchtest du es hören? Wie viele Todes dauert es? Ich bin gut. Ich bin Dr. Anuradadar. Und ich bin den Schaden des Todes. Es ist ein Familiennamen. Du kannst mich den Schaden für kurz, denn wir sind jetzt Freunde. Ich bin... Ich bin... Ich bin... ... meine Firma... ... war hoping, um ein Anfänger von mir zu verabschieden. An Anfänger? Meine Kinder werden so sehr glücklich sein. Oh, du wirst du... Vielleicht sollte ich... Vielleicht war das schlecht. Was? Das ist ein Schaden! Wir können das Geschäft machen. Ich habe viele Produkte zu verabschieden. Ich habe viele Produkte zu verabschieden. Alles pristines. Jetzt... Was war der Name von deinem Unternehmen wieder? Um... Häh-häh-häh-häh-häh! ...games! Hast du damit Geräte? Meine Kinder lieben Geräte! Nein! Es ist Percy, was er riecht. Ja, ich muss einen Schwerpunkt kaufen, und du bist die größte. Schwerpunkt einen Schwerpunkt? Was bist du ein Schwerpunkt? Nein, ich... Was? Du hast gesagt, dass du mir ein Schwerpunkt verkaufen kannst. Ich mache Schwerpunkt. Du bist nicht schwerpunkt? Natürlich nicht. Das ist... Oh, und schraubst du einen Schwerpunkt und nennen es dein Kind, ist das nicht? Was? Ich habe mich an meine Dauern referiert. Dieser witzige Arbeit hat sie durch das College in Eden 6. Oh mein Gott. Ich habe mich nicht verstanden. Sicherlich. Jetzt bitte, vacate die Basis. Nein, warte. Ich brauche noch einen Schwerpunkt. Es ist wichtig für meine Studie. Und du erwartet, dass ich dir einen verkaufen werde? Ich weiß nicht, wer du bist, zu kommen in hier und erwarten mich zu schweren aus verschiedenen Schwerpunkt von Schwerpunkt, wie eine Art fast-casual-eatery. Aber das ist nicht was ich. Mit diesen Schwerpunkt, kann ich experimentieren, die... ...save lives. Wenn das so ist, ist, warum... ...dannst du eine Universität? Oder ein Hospital? Ich... ...dannst du uns. Weil... ... unsere Unternehmen ist einzigartig von ...wantive Criminale. Und da ist es. Aber ich habe... ...meine... Ich habe... ...bist du. Ich werde dir einen Körper verkaufen. Ich sage dir ein Körper. Und der ist wahr? Ja und... Du hast ihn noch nicht schreckt. Und ich meine... Es ist, nicht wie sie verhalten werden, richtig? Das ist ein Blasch! Nur mal einen Moment, bitte? Seid ihr frei... ... zu schauen. Watch your head! Ernsthaft! Ehemalige Person. Leiche. Gewöhnlich. Ehemalige Person widerlich. Toter Mensch. Der Muskelaufbau deutet auf ein Tanztalent hin. Todesursache. Tod durch Disco-Besuch. Ein Disco-Inferno. Glücklich gestorben. Der Muskelaufbau der Schmerz. Der Muskelaufbau der Schmerz. Der Muskelaufbau der Schmerz. Der Muskelaufbau der Schmerz. Alles gut? Er, um, die Schmerz. Please don't tell me what that means. Foto mit Kindern. Gewöhnlich. Memento sentimental. Allen Hüterinnen der Toten wird in der Pathologie-Schule beigebracht, Fotos ihrer Kinder strategisch zu platzieren, damit sie nahbar wirken. Kinderlosen Hüterinnen werden Kinder zur Verfügung gestellt. Kinder aufzuziehen erfordert enorm viel Zeit, Energie und Geld. Im Gegensatz zu einer Atlas-Brille, mit der du für nur 5.000 Dollar, also 4.999 Dollar überall Objekte scannen kannst. Also. Besorgt euch keine Kinder. Besorgt euch eine Atlas-Brille. Metallstange. Metallstange. Gewöhnlich. Art der Stange. Metallisch. Fämlich offensichtlich eine Metallstange. Wieso hast du das Ding es kennt? Es ist eine Metallstange! Oh! Es ist die gleiche Länge wie die Vertebrae und die menschliche Kette. Meine Lebensverhältnisse haben sehr viel verändert. Gerzen. Gewöhnlich. Kompostitution. Lichtzylinder. Wachsartig. Perfekt um je nach Bedarf für eine romantische oder voll unheimliches Ambiente zu sorgen. Amüsantes Detail. 100% organische menschliche Talg. Weniger amüsanter Detail duftet nicht nach Bacon. den Kopf lebt nicht später auf. Ich will erstmal Geld holen. Oh ne, 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 das ist schon wieder... Warum hab ich an den gedacht, wo ich das Ding geöffnet habe? Oh! 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 Oh das ist doch bloß! Oh, weil es Jerusalem hat! Oh! 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 Whoa-oh! Superbowl combo K-Kritical Toasty K-Kritical Hit R.I.P. K.O. Q1 Ich bin bested. Ich bin einfach ein Thema für Strategie. Ich würde mich glücklich auf dir geben, um deine Spiel zu verbessern. Ihr Verkaufst ist genug. Wie immer. Ich bin auf die Abgelegung. Ich versuche nicht zu dem Flügel von der Flügel von Flügel. Der Flügel von was? Ich versuche nicht zu dem Leben. Kör mich in. Den werden wir noch öfter treffen Das wird ein Running Gag 100 Pro Wo ist er als nächstes drin? Außer dem Kopf kann ich nichts mehr TV, gewöhnlich, Unterhaltung notwendig Das Fundament der Bedürfnishierarchie der Menschheit Wo es kein Fernsehen gibt Gibt es kein Leben Es folgt Skag House Eine Reality Show Bei der jemand versucht in einem Haus voller tollwürdiger Skags zu überleben Jede Woche ein neuer Kandidat Gibt auch wieder neue Skins Ach du heiliger Ich bin Ich Ich bin goldig Glänzend unglaublich Teuer sehr Dein Selbstwert bestätigt Oh Sieh dich nur an Du bist die Nummer 1 Du bist die beste Schickste Wichtigste Person Im Raum Weil du Gold trägst So viel Gold Glückwunsch Du bist eindeutig übertroffen Haftung Haftungsausschluss Technisch gesehen kein Gold Gold Sondern lackiertes Aluminium Das nach 14 riecht L337 Schick Fähig Oder was soll das heißen Schick Schick Auf College Niveau Alles klar Fitti Brille Fitti Brille Schweißableitend Ja Hört auf Wenn sie müde ist Nein Ob du nun Gewichte hebst Sprintest Wie der Wind Oder Medizinbälle wirfst Diese Hochleistungsanalysebrille Sitzt Wenn du als aktive Ups Wenn du als aktive Wissenschaftlerin Daten haben möchtest Die so robust sind Wie dein Quadrizeps Dann zieh den Kopf aus dem Arsch Und setz diese Brille auf Diese Fitti Brille Wirf die Frage auf Bist du Wong Beruf Einst Wissenschaftler Oder doch nur ein Poser Große Show Diva Wo du sein wirst Im Wohnwagen Showtime Jetzt sofort Zurück Leute Business Diva Mann Marsch Du bist nicht hier Um Freundschaften zu schließen Du bist hier Um Geschäfte zu machen Die Pro Feed bringen Die Geld bringen Eines Tages kannst du dir dann Sogar Ein Umhang kaufen Das letzte Hinterteil Reflektiert Das Sonnenlicht Dermaßen Das die Insekten am Boden Verbrennen Blauer Arsch Business Betonter Bereich Hinterteil Farbe Keine Ahnung Dieses Outfit Sponsportlerin Sport Sport Ja Mann Lieblings Lieblingsphrase Nerds Du bist das Alpertier Die Queen Deines Teams Unangefochten Die Schönste Auf der ganzen Schule Du verbringst 18 Stunden am Tag Ausschließlich damit High Fives Auszuteilen Das ist schwer Die Nummer 1 Zu sein Genauso schwer Wie auch nur Ein einziges Buch Zu lesen Outfit mit über 9000 Suspensorium Varianten Ich liebe Diesen Namen Und Und Diese Sprüche Hier Das ist so gut Aber Nee Mirz Sagt Kein Wir müssen Eine Leiche Zusammenbasteln Kopf Ungewöhnlich Körperteil Abgetrennt Remortem Wie auch so schön Die Hairline Hier So Müt Köpfe sitzen Normalerweise Auf einem Körper Dieser nicht So eklig So eklig So eklig Wegen dir Wegen dir Hab ich es Gescannt Wegen dir Hab ich Diesen gruseligen Gefrorenen Gesicht Analysiert Diesen toten Glasigen Augäpfel Du bist krank Echt krank Danke Ich weiß Damage Von der Fall Sehen minimal Eingriff Eingriff Und Tücher All accounted for Good as new Except for the Everything Sorry Okay Kann ich dann nochmal Scannen Nö Okay Let's go Setzen wir Das Ding Irgendwie Zusammen Das passt nicht No doch Good as new What's good as new Hey It's you What What did you say You said Good as new What's good as new Man I know Right Okay I found a corpse For you If you wanna See it See it As in Go to another room For sure Yes Let's leave this room Immediately Haha Und dann wechselt Zu diesem Bild I knew I had a spare corpse Around here somewhere I was just planning On throwing out Honestly It's getting kinda rancid Though Is that okay That's perfect Actually The more decayed The better Sorry about this Hey What are you doing There's a contract Out on your head It's enough money To pay off The girl's student debt And invest in my candle company Full time Hey I thought you Water creep Says the woman Thirsting for rancid corpses Besides I'm not the one Killing you here I'm just the one Locking you in a coffin Until you run out of oxygen The coffin's the real creep here Be mad at the coffin Okay Don't panic You're not claustrophobic Except now that you've said it aloud You are Oh god Oh god Oh god Oh god No Think Wait The goggles Come on Show me something What's that A hole Measuring 0.5mm in diameter If widened This could provide a means To avoid capture and death By the T.D.O. corporation What? You don't talk When did you start talking? Shadow net update Illegally installed by Octavio Wallace-Darr Now punch Aw Yes Ow Now How many more punches Until I break through? Based on the strength Of your punches The coffin door Will be compromised After 5,000 more punches No Need to rush Because T.D.O. will be here At any moment To capture and kill you Just One punch at a time Okay Starting to hurt A lot Come on Almost there With About 3,900 to go You've reached Doctor Anuradha-Darr I'm unavailable To take your call Right now So Please leave a message Little bro Has outdone himself With the HQ mission Sending you the addy Now Hope you're having fun On your supply run I'll go I saw your bounty on TV And I'm calling to collect On Dr. Dar? Yeah Awkward nerdy lady Doug That's right And she's dead Not yet But her oxygen's sure To run out any minute now Lovely We've tracked your location My memo arrived To dispose of you I mean Dispense your reward To you shortly Wait What did you say? TDR thanks you For your service Das wird dann wahrscheinlich Das Ende Dieses Kapitel sein Unsere glücklichen Gewinner Gateboard Punkte Uh 60 Gehirn und Muckis Na ja 53 Prozent Schwester und Bruder 54 Prozent Frogold und Tacos 33 Prozent Du hast Octavio Angeschossen Du hast Du hast Finn erzählt Dass du Die Gewalt In der Welt Beenden willst Du hast die Firma Heal Better Games Genannt Du hast Nicht Upsa Du hast Nicht die magische Oboe gespielt Um den Biber zu beruhigen Was für ein Biber? Ja Wo hätte ein Biber sein sollen? So Du hast der Wache vorgeflunkert Die Wachablösung zu sein Du hast das Geld für den Auftrag angenommen Du hast Anu geraten Sich das Publikum Während der Präsentation Nackt vorzustellen Du hast Gelegnet Pierre Sabotiert zu haben Du hast Dir gewünscht Die Haie hätten Dich Statt Anu Gefressen Du wolltest In dieser Episode Einmal Tacos Du hältst Finn Für einen Echten Blender Du bist Grazil In das Haischfischbecken Eingetaucht Du wurdest In einem Becken Voller Wilder Haie Zerfleischt Gut Wow Du hast Octavio Nicht geschlagen Ich hätte ihn schlagen können Ich hätte ihn schlagen können Ich hätte ihn schlagen können Obwohl Mal sehen Ob wir noch Andere spielen Hatten eine Menge Zu zocken Zu zocken Ich hätte ihn schlagen können